Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir uns anscheinend nur mit der Horde kaufen können, aber auch mit der Allianz einsetzen können. Und zwar ist das eins, das ich anscheinend beim Questen vergessen habe mitzunehmen. Es ist nämlich so, dass wir einen Händler haben. Und zwar befindet er sich da, wo ich bin, auf den Koordinaten 43, 60. Da haben wir auch einen Hordenflugpunkt. Und hier ist es aber so, dass man diesen Questgeber erst ein bisschen frei questen muss. Also ihr müsst in Voldum ein bisschen questen, beziehungsweise diesen Spot hier frei questen. Und dann, wenn ihr das getan habt, könnt ihr so wie ich jetzt mit ihm quatschen. Und könnt euch quasi sein Item kaufen. Der ist hier in der Höhle drin, also einfach am Ende von diesem kleinen Tal haben wir so eine Höhle. Und da haben wir Rancars Fluchtplan, heißt das Ding. Das kostet 80 Gold, ist nicht sonderlich teuer, ist eine der letzten Toys, die ich jetzt noch brauche. Das sind jetzt die Toys, die ich noch brauche im neuen Add-On quasi. Und das sind eigentlich alles Emissary-Back-Toys, bis auf das eine, das habe ich jetzt gerade noch rausgesucht. Und das setzen wir jetzt mal ein. Und ich würde sagen, das basteln wir einmal draußen. Und dann seht ihr auch, wo ich hier reingelaufen bin. Also hier ist der Flugpunkt und direkt da drin ist der Typ. Und wie gesagt, frei questen müsst ihr es dann einmal. Gut, dann schauen wir mal, was das gute Ding kann. Wo haben wir es? Fluchtplan, hier haben wir es. Und zwar, versteckt euch so, wie ihr es die Goldhauer-Bande tut. Okay, hat zwei Stunden Abklingzeit. Und wir können, ach, wir können es hinplacen, okay. Okay, wir sind in einem Kessel mit einer Banane und kauern. Ernsthaft? Okay. Also, nutzvoll ist das Ding jetzt hier natürlich nicht. Aber es sieht lustig aus. Kann man vielleicht mal irgendwo aufstellen im Raid, wenn es einem langweilig ist. Ja, das war es eigentlich schon wieder. Ist wieder ein Toy mehr. Falls ihr das Achievement fand für die 300 Toys, wo es dann einen Mount gibt. Ist das, denke ich mal, eine Geschichte, die ihr relativ einfach erfahren könnt. Ich zeige es nochmal auf der Map hier unten. Und wie gesagt, da es ein Hordespot ist, könnt ihr das leider als Allianz dann nicht kaufen. Aber mit jedem Hordenschar, der hier questen kann, also ab 110 aufwärts, könnt ihr euch das dann besorgen. Gut, das war es mit dem kleinen Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tillar, bis zum nächsten Mal. Ciao.